Der VfB dreht frei und damit ab ins Spielfazit. Wie immer hier ein bisschen vor mir die Notizen, ein bisschen chronologisch durchgegangen, deswegen nicht wundern, wenn ich hier ein- und zweimal neben die Kamera schaue, immer wieder. Ja, ist auch ein Tag schon Abstand zum Spiel, deswegen auch ein bisschen abgeflacht, emotional. Aber es war schon ein bisschen ungewohnt auch, oder ist ja einfach ungewohnt nach 14 Jahren, wirklich zwei absolute Top-Spiele einer Woche, Champions League Madrid, Finalist, Bundesliga Dortmund-Topspiel, Finalist, letztens auch in der Champions League, ganz große Nummer gewesen, zu Madrid gibt es ja auch einen Vlog, war auch vor Ort, alles immer noch dermaßen surreal, dass wirklich das erlebt hat, plus wenn man es mit reinnimmt, auch noch Gladbach, also wirklich eine Wahnsinnswoche, wenn man es so nimmt, Woche plus einen Tag vielleicht, deswegen der Bock war dermaßen da auf dieses Spiel, auch dieses Thema vielleicht sich belohnen nach Madrid, wie gesagt, die Leistung war mehr als gut genug, klar, vielleicht hätte ich jetzt einen Punkt mitnehmen können, auch verdient mitnehmen können, ein Undarf, der, ich sag mal, einen sehr, sehr gesunden Ehrgeiz hat und wirklich so ein bisschen gewirkt hat, als hätte man schlecht gespielt in Madrid, jetzt haben wir uns endlich belohnt quasi nach Madrid, so war es ja auch nicht, aber wie gesagt, lieber so in Sachen Ehrgeiz als irgendwie andersrum, gesagt, auch gespannt gewesen auf die anderen Rückkehr, auch ganz klare Geschichte, hatte angefangen als da mit diesem Banner, egal wer ist der Präsident, egal welche Spieler, einzig konstant ist, sind wir Fans, haben es schon ein paar Mal rausgeholt, aber das ist dann spezifisch vor dem Spiel rausholen, über der Kurve hängen, quasi am Oberrang, wahrscheinlich schon Richtung Anton, auch in Richtung Gerasi gegangen sein, tippe ich jetzt einfach mal, war von Beginn an Klarheit Shepards, Stimmung war bockstark, von Anfang an war da richtig Energie drin, einfach geladenes Stadion, die Pfiffe, habe ich auch glaube ich im Audio da mal gesagt, waren krank, die Pfiffe waren krank laut, ich glaube SWR war es oder so, haben fast 120 Dezibel gemessen, die waren krank laut und ich gebe auch ganz ehrlich zu, bin jetzt keiner der auf irgendwie Konzerte geht, mit so keinem Ohrstöpsel drin oder sowas, was mir zu laut ist, aber bei dem Spiel bin ich echt irgendwann hingegangen, habe den hier gemacht, als ich gesehen habe, okay scheiße, andere bekommen den Ball, den gemacht, Ohren zu, was wirklich betäubend laut war und eben auch so schrill, diese Pfiffe, das war wirklich, wirklich krass, auch hier nochmal geschrieben, Stimmungsspektakel, weil es war es einfach und direkt nach vier Minuten, Dennis Undaf, 1-0, absolut überragend, überragender Start, Stimmung danach überragend, Gerasi hatte ein, zweimal den Ball, haben wir auch gemerkt, extra hingeschrieben, nichts bei Gerasi, da gab es keine Pfiffe-Konzerte oder irgendwas in der Form, das war wirklich Anton only, auch wieder hier, muss man sagen, von der Stimmung, das ganze Spiel über auch, das ganze Stadion, ich habe es schon oft angesprochen, weil es einfach so besonders ist und so schön ist, dass es hier auch weiterführt, das ganze Stadion macht hier mit, da wird in jedem Bereich gesprungen, mitgemacht, whatever, überragend, geil, Energie pur, diese ersten 10, 15 Minuten, diszipliniert, non-stop und dann eben, 21., Demirovic, was ein überragender Kopfball, der läuft da so geil rein, natürlich auch 0, 0 irgendwie sortiert bei Dortmund, und kein neues Ball, aber der läuft so schön rein von der Kurve, du kannst wirklich geradeaus gucken, wie er reinläuft, ist den Köpfen, ist wirklich so einfach geradeaus geführt, in Zeitlupe ins Tor, fliegt, wunderschön anzugucken, dieser Kopfball, irgendwie fand ich besonders geil, schon jetzt aufgeschrieben, war es ein Spiel, nach 20 Minuten, war es ein Spiel, die haben weitergemacht, sich Chancen, er spielt aufs 3 zu 0, auch da schon hingeschrieben, Mio spielt ein überragendes Spiel, hat sich auch so durchgezogen, Weltklasseleistung von Enzo Mio, Junge, die spielen einen Fußball, habe ich hier in Notizen drinstehen, 7 zu 0 Torschüsse in 30 Minuten, die sind so geil heute, also das ist hier natürlich logischerweise eine einzige Lobhymne auf dieses Team, weil das war absoluter Vollwahnsinn, was sie gegen Dortmund abgerissen haben, vom Gefühl her fand ich auch das erste Mal so richtig dieses Undav Dimirovic-Ding, ich glaube, Undav hat es auch nach dem Spiel irgendwie als Undavovic gegründetes oder getauftes Sturm-Duo quasi, weil es so ein bisschen dieses Feelings von Undav Dierazil so geil harmoniert, vom Gefühl her fand ich, dass es das erste Mal gegen Dortmund so richtig auch da ankam, also da kann man auch nur, ja, positiv sein oder sich quasi einfach nur Vorfreude wieder machen, dass da noch mehr kommt, wenn das erst der Anfang war von den beiden vielleicht, auch da muss ich sagen, wirklich, ich habe mir so ein bisschen so einen Rundumblick angewöhnt, weil klar, guckst immer geradeaus, guckst aufs Spiel, auch beim Hüpfen guckst geradeaus, guckst aufs Spiel, guck darauf, dass mein Audio läuft, whatever, aber immer wieder einfach auch die Zeit genommen, auch während das Audio lief, egal wie, habe auch jetzt hier und da mal an Stellen nicht mehr mitgesungen, mit mal wirklich auch das Stadion hört und nicht nur mich quasi im Vordergrund hat, damit krönt logischerweise, auch dieser Rundumblick, dieses ganze Stadion einfach mal angeschaut, geguckt, alle in weiß, alle hüpfen mit 60.000 bis auf ein paar Dortmund logischerweise, das ist wunderschön, das ist wirklich jedes Mal auch so eine Wunderschöne, die auch mit dem Flutig noch ein bisschen reinkommen, das war brutal wieder, einfach nur absoluter Wahnsinn, wichtig war, dass du nicht das 2-2-1 kassiert hast vor der Halbzeit, das war extrem, extrem wichtig, haben wir nicht kassiert, und auch da schon zur Halbzeit geschrieben, als Fazit war sie, es ist zu schön, um wahr zu sein, was die Jungs da kicken, ist zu schön, um wahr zu sein, nach so einem Spiel gegen Madrid, nochmal so eine Leistung, brutal, dann ein Spiel ein bisschen fußig hingedümpelt, war aber okay, hast ja schon 2-0 geführt, Mio dann mit dem dritten, 12 zu 6 Torschüsse übrigens nach 60 Minuten, Mio mit dem dritten, belohnt sich, auch da ist schön, Carasor Vorlage, hätte er noch getroffen, dann wäre alles passiert in diesem Spieltag gegen die Dortmunder, der haut das Ding rein, nach der Verlängerung von Carasor dann, belohnt sich, sagt Mio, absolut atemberaubendes Spiel gemacht, die meisten, oder alle eigentlich ein überragendes Spiel gemacht, aber er hat nochmal diese extra Note obendrauf, würde ich sagen, auch geil zu sehen, es war Mittelstädt mal, und später kommen Zagadou nochmal, Richtung unserer Türkheimer Kurve, Einwurf gewonnen und trotzdem nochmal, jawohl, und jetzt, und auf, und das Publikum angestimmt, also die waren dermaßen geil, das ist wirklich das perfekte Wort dafür, die waren einfach nur geil auf diesen Kick, geil auf dieses Spiel, dann natürlich auch wieder schön, was du wechseln kannst, ne, Odem, der so einwechseln kann, dieser Dreierwechsel beispielsweise, kommt ein Touré aufs Feld, kommt ein Chase aufs Feld, du bringst später noch einen Führig, du bringst einen Reader, da ist einfach Breite da, das ist brutal mittlerweile, ähm, Gerasi, natürlich, er macht 3 zu 1, mini, mini Sekunde Angst, gab auch hier extra reingeschrieben, es gibt an sich ja überhaupt keinen Grund Angst zu haben, die Notizen reingeschrieben, aber es ist genug Zeit, ne, auch schon wieder Thema Mainz, aber sie, wir sind gewarnt aus Mainz, ist aber eines Tages scheißegal gewesen, direkt Reaktion, direkt drin, Mio mit der Nummer 1 Szene wahrscheinlich von ihm, von allen Guten, die er eh hatte, an der Auslinie, die Dortmund dahergespielt, aussehen lassen wie Schulbuben, ähm, das war überragend, noch die, ja, die Konzentration zu haben, die Cleverness, damit er rüberzuspielen, darf Touré oder El Bilal, wie er gerufen wurde im Stadion, sein erstes Tor machen, auch für den VfB, richtig geil, 4 zu 1, damit war das Spiel offiziell vorbei, auch anzusprechen, wie gesagt, da waren alle sehr, sehr viele brutal gut, Mio hat einige Vorlagen gegeben, aber auch ein Leveling in den letzten Wochen, wirklich über sich hinauswächst und wirklich reift und reift und reift, brutal, richtig geil, ähm, hab sie auch nochmal aufgeschrieben, weil so war es auch tatsächlich, ne, teils nur noch gelacht, so absurd gut ist das, genau so hat sie es angefühlt, ähm, überlegenes Top-Team VfB Stuttgart, dann eben 5 zu 1 und darf noch, äh, in der 90. und auch hier wieder hingeschrieben, das ist wieder unvergesslich, Madrid ist unvergesslich, das ist unvergesslich, diese ganze Woche ist brutal, die Fangesänge danach war natürlich wunderschön, der VfB ist wieder da, ist einfach auch was, was stimmt, was 100% stimmt, ne, oh wie ist da schön, diese ganzen Gesänge, Schießbude Dortmund war auch natürlich ein grandioser Fangesang und sowas, Kicker schrieb irgendwann von Klassenunterschied, schrieb auch von VfB, tret frei, mein Anfang hier, das ist überragend, das war einfach nur überragend, das war gefühlt kurz vor perfekt, dieses Spiel, das ist Wahnsinn, was die Jungs da im Stande sind, aktuell zu leisten, ähm, und natürlich logischerweise, um das Fazit auch noch mit reinzunehmen, es tut natürlich so dermaßen gut, ausgerechnet gegen Anton, ausgerechnet gegen Gerasi, ausgerechnet gegen, sag mal, einzelne Dortmund-Fans, die auch in, ja, im Zuge dessen ein bisschen aufgemuckt haben, dass so gerade die mit 5 zu 1 aus dem Stadion jagst, das auch wirklich von der Höhe völlig in Ordnung war, das 5 zu 1, kann man auch hier mal ein bisschen schießen, so sieht Platz 2 gegen Platz 5 aus, und auch Thema natürlich Gerasi, oder vor allem Thema Anton, so sieht es eben aus, wenn Charakter gegen Kohle spielt, und so hast du es gesehen, finde ich, das ganze Spiel über, der VfB war eben Charakter logischerweise, der BVB war Kohle, und das hast du gesehen, in diesem einen spezifischen Spiel, es kann sein, dass der BVB am Ende der Saison, keine Ahnung, doch noch vor uns steht, kann alles sein, und es wäre auch die normale Hackordnung, es wäre die normale Richtung, wenn Dortmund vor uns steht, alles andere ist ja gerade einfach nur besonders, was wir hier abliefern, aber das hier kann es keiner mehr nehmen, dieses 5 zu 1 kann uns keiner mehr nehmen, deswegen spreche ich es auch so an, deswegen ist mir auch scheißegal, ob ich damit irgendwas chinkse, oder irgendwas, und wieder zur Wiederauflage nach der Saison, ist mir alles scheißegal, weil das kann uns keiner mehr nehmen, was hier passiert ist, diese Spiele sind wie gesagt aktuell nicht zu fassen, dieses Auf Wiedersehen, in Richtung Anton und Gerasi, oder generell gegen Dortmund, und dann eben kurz bevor die Mannschaft, vor die Kurve kam, glaube ich, hat auch dermaßen gescheppert, auch nie so laut gehört, dieses Auf Wiedersehen, absolut geil gewesen, und man findet halt einfach wirklich keine Superlativen mehr, für dieses Spiel, oder für diese Mannschaft, für diese Leistungen aktuell, auch in Undaf muss man rausheben, zwei Hütten gemacht, auch wieder 90 durchgespielt, also auch da Statement, was Undaf wieder gelegt hat, die Müric wieder getroffen, auch der mittlerweile bei einigen Toren, auch da wieder, hohe Summen, oh je, und vielleicht Feeneinkauf, und hier und da ein Scheißdreck, alles funktioniert, die Kohle absolut wert, stand jetzt logischerweise, aber kann man glaube ich so sagen, absolut wert, die ganze Nummer, und auch hier vielleicht nochmal Richtung eigene VfB-Fans, so leicht gestichelt, sag ich mal, wo sind die ganzen Leute, nach Freiburg und nach Mainz, wo sind sie, diese Untergangsstimmung, oder auch selbst zur Halbzeitpause in Gladbach, da teilweise musst du eine Scheiße lesen, das war absoluter Vollwahnsinn, und ja, Dankeschön, Dankeschön einfach, dass die alle auch eines Besseren belehrt wurden, dass sie vielleicht einfach mal, keine Ahnung, nach länger als 45 Minuten, sich ein Fußballspiel angucken sollte, länger als drei Saisonspiele, sich eine Mannschaft entwickeln lassen sollte, die auch immer noch, die zweitjüngste Mannschaft dieser Liga ist, diese ganzen Geschichten sind ja auch weiterhin da, das ist absolut brutal, was die hier machen, neue Heimspielrekorde, auch noch wieder gefällt, ich glaube 14 Spiele sind es am Stück, die sie nicht verloren haben, in Heimspielen, dann natürlich der hauptsächere Rekord, die haben sechs Spiele im Stück, sechs Heimspiele am Stück, haben die mindestens drei Hütten gemacht, alles absolut überragend, wunderschönes Heimspiel, vielleicht noch ganz Mini-Codes zur Erklärung, wurde eh schon recht lange das Fazit, aber Mini-Codes zur Erklärung, warum es jetzt zum Beispiel auch einen Tag später kam, oder sowas, stelle ich angreifend shopbedingt, ich glaube die meisten wissen es, dass ich bei meinen VfB mit dabei bin, sogar Nachrichten dabei bin, war früher Werkstudent, lange, lange, ich glaube fast zwei Jahre dann Werkstudent, das waren 20 Stunden, das war neben der Uni auch schon wild, da mussten auch schon Nachtschichten gepumpt werden, bis zum geht nicht mehr, gerade am Wochenende eben, rund um die Spieltage, habe ich alles gemacht, habt ihr ja gemerkt, jetzt sind es eben 40, ganz normaler Job, Volontär, und da ist dann halt auf den Sonntagabend, wenn du um halb eins fertig bist, um null Uhr, halb eins fertig bist, mit der richtigen Arbeit, mit der offiziellen Arbeit, und nicht mit diesem Hobby hier, sag ich mal, sondern mit der offiziellen Arbeit, für meinen VfB und so weiter und so fort, dann wird es ein bisschen schwer, wenn du am Montag auch noch arbeitest, dann nochmal eine Nachtschicht rauszuzünden, und ich glaube, ihr könnt das verstehen, und die meisten wissen es ja eh schon, wer mir auf Instagram folgt, übrigens gerne tun, immer aktuell am Start, über die Instagram-Stories, der wird es merken, dass da ständig was von meinen VfB reingespielt wird, weil ich es eben mache, weil es unser Team macht, weil ich dazugehöre, die Repos und so weiter und so fort, das ist der Grund, warum auch generell weniger kommt, weil die Zeit logischerweise immer enger wird, die war während dem Studium schon eng, die war mit 20 Stunden schon eng, in dem Studium, alles auch irgendwie funktioniert, aktuell ist es sehr, sehr schwierig, vielleicht wird es nochmal irgendwann besser, oder ich groove mich ein, ist ja auch alles noch ein bisschen neu, wieder eben zurück in 40 Stunden und voller Beruf seit September, von dem ja, damit ihr da auch vielleicht ein bisschen Bescheid wisst, ich glaube, die meisten konnten es schon ahnen oder wussten es schon, aber hier nochmal ganz ans Ende mit rangebracht, von diesem unglaublichen Erlebnis, unglaubliche Woche, ab in die Kommentare, Glückseligkeit, lasst sie da, lasst alles da, was ihr so besprechen wollt, natürlich wird das hauptsächlich sehr, sehr positiv sein, gehe ich mal fest davon aus, der VfB ist wieder da, der VfB spielt einen unglaublichen Fußball, das ist alles, wie gesagt, zu schön, um wahr zu sein, das ist alles absurd, absurd, wie gut die sind, wie gesagt, ab in die Kommentare, natürlich wie immer gerne auch kostenlos Like und Ablade lassen, ganz klar Geschichte, für die Arbeit hier, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.